Die Brüder fahren mit ihrer zerbrechlichen Fracht direkt zu ihrer Lieblingsteststrecke auf dem Sportflughafen Wienau. Dort soll der Eierlauf mit Auto gestartet werden. Der Peter holt die Eier. Du hast jetzt die Ballonen aufgestellt. Ja, da alle in der Reihe. Du weißt ja, es gibt keinen Eierlauf mit den Füßen, es gibt einen Eierlauf mit unserem Eierlauf-Osterauto. Ich lege den Eier auf den Löffel und ich komme an die Ballonen. Er nimmt den Löffel, ich halte das Ei fest und lege es raus. Du hältst einfach raus. Du stahlest den Wagen und wenn du fährst, halte ich das Ei drauf. Und du lufst mit. Nein, oder du willst direkt drauflegen. Nein, nein, nein. So, jetzt machen wir. So, jetzt halte ich das Ei fest. Moment, so drauflegen. Und raus? Ja, und raushalten. Und jetzt ab jetzt, Manni. Und ab jetzt. Lass die Eier ganz. Hast du mal gemerkt, dass die jugendlichen Eier schaukeln? Aber der fährt so langsam wie eine Schnecke. Guck dir das mal an, das Auto fährt. Mann, der fährt aber. Ey, die Eier, die können ja gar nicht runterfahren. Ey, ist das Zeitlupe oder was? Ja, Zeitlupe. Guck mal das an. Guck mal das an. Ja, ja, ja. Ja, ja, hast ja recht. Und ein Löffel her. Warum drehen? Das bin ich dran. Eier ist heile, komm. Ja. Ja. Eier ist heile, fester. So, jetzt mach ich mal eine Eier-Tour. Oh, einwandfrei, ei, heile geblieben. 60 Gramm. Geht keine Anbremse, geht keine. Geht keine Anbremse. Oh, mach das Tor zu. Da war ich, da war ich. Mach du. Hier, Manni, du bleibst hier drüben. Ich bleib hier drüben. Ich bin jetzt der Schiedsrichter. Guck mal, ob er es schafft. Ja, ja, warte. Ich hab mein Eier heile geblieben. Eier ist heile geblieben. Nehmen wir den Löffel. So, jetzt nehm ich jetzt schön rauf. Aber richtig gut halten. So, jetzt kommen wir das. Der Junge, der Junge wird besser, schneller. Eine Gerdie, eine Gerdie. Das ist keine Schnecke. Ja, mit dem Ei. Er hält den Ei. Er hat das Ei. Das Ei ist da drauf. Das Ei ist da drauf und ich lebe noch. Einfach drauf. Ja. Gut gemacht. Hey! Uwe! Was? Du bist ein Betrüger! Uwe, du bist der Betrüger! Egal, auch wenn du betrogen hast, du bist der Gewinner! Ich bin der Gewinner, ja! Das kann doch nicht sein, wer betrügen gewinnt! Junge, das fahr ich mal! Ja, willst du auch betrügen? Nein! Der kann nicht gewinnen, wenn er betrügt! Der Piller verliert den Piller! Der ist so scheißig! Du hast betrogen! Das eile ich drauf! Uwe, du bist ein Betrüger! So, aber ich geh drüben rüber! Peter! Ich geh da hier rauf! Du bist kein Häschen! Ein Häschen betrügt nicht! Nein, ich bin ich betrügt ja auch nicht! Nur der böse Wolf macht das! Und da bist du selbst! Du bist der böse Wolf! Peter! Peter fährt! Peter! Aber du musst nicht zum Betrüger! Dann muss ich sagen, fall, fall, fall runter! Und gib Gas, Peter! Gib Gas! Das Eis braucht! Das Eis braucht! Mach das gut! Ey, das fährt doch genauso langsam wie du! Der stoppet so schnell wie du! Der stoppet so schnell wie du! Und du hast doch betrogen! Das Eis ist weg! Der hat den Löffel! Der hat den Löffel! Der hat den Löffel! Der hat den Löffel! Aber doch! Das Eis ist weg! Wo ist das Eis? Peter, dann hat die Eis! Der hat 2 Euro verloren, da unten! Ja! Der hat den Löffel verloren! Aber ... Wollen wir ganz ehrlich sagen, alle haben gewonnen. Wählt die Intelligenz, dass er das mal gut rügt. Ja, betrüger. Ich hab die ganze Eierlauferei satt. Ja. Ich hab jetzt so Hunger gekriegt.